Verehrte Zuschauer, liebe Eliard Waver, willkommen zu einer Wochenanalyse im WTI Fruit Oil. Mein Name ist Frank Schuh von Eliard Waver Live. In den letzten beiden Jahren hatten wir im Ölmarkt eine sehr dynamische Situation. Durch die weltweiten Lockdowns hatten wir zunächst eine Angebotsschwemme. Das führte dazu, dass die Preise für Rohöl sogar weit unter Null, also 38 Dollar, unter Null abfielen. Das fehlerbereinigte Tief sehen wir hier unten in der Welle C. Anschließend gab es wieder eine große Nachfrage, nachdem die Wirtschaft wieder öffnete. Das sehen wir an dieser großen Bewegung, 1, 2, 3, 4, 5. Mitverantwortlich für diesen hohen Anstieg waren natürlich auch dann weitere Varianten des Virus, der Eingriff in der Ukraine und weitere Faktoren. Ja, bis Ende September ist dann Öl wiederum ca. 40% im Kurs gefallen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie es denn nun weitergehen wird. Hier vom Tiefpunkt aus hier unten von ca. 10 Dollar bis auf das Hoch hier oben bei knapp 129 Dollar ist eine vollständige Impulsbewegung, wie wir hier sehen, mit einem Diagonal, mit einem Dreieck, hier in der Welle 4, beziehungsweise einem Running Flat. Anschließend folgte dann diese dreiwellige Korrektur hier in rosa gekennzeichnet. Da diese Korrektur aber sehr flach ausgefallen ist, habe ich sie hier eingebettet in eine größere ABC-Formation, die ihren Tiefpunkt erst im Bereich von 60 oder darunter, hier in dem Fall jetzt bei 56, haben wird. Hier die Welle A, die Welle B ist noch im Ausbau und die Welle C steht noch aus. Wenn diese Zählweise stimmt, dann ist hier noch eine sehr, sehr große Erholung in der Welle B zu erwarten, hier im Bereich von ca. 110 Dollar. Allerdings gibt es jetzt hier zwei Varianten. Wir haben hier in der Welle A ein Tief von 76,20 erreicht. Hier habe ich einen Stopp eingezeichnet und um das besser zu sehen, gehe ich jetzt mal etwas näher daran. Wenn wir unter das Tief von 76,26 fallen, was nicht mehr weit weg ist, hier sind wir aktuell am Sonntagnachmittag, dann geht es sofort runter in den Bereich der 60. Andernfalls kommt dieser hohe Anstieg, wenn dieses Tief hält, ist in die Welle B bei ca. 110 Punkten. Was bedeutet das nun für das Trading? Zunächst muss ich wieder darauf hinweisen, dass dies nur Beispiele sind und Charttechnik. Es handelt sich hier nicht um eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten oder gehebelten Produkten. Und das ist hier keine Anlageberatung. Ich habe meinen Stopp hier unten bei diesem Niveau kurz darunter liegen und bin schon bereits im Markt eingestiegen. Allerdings jetzt wäre ja nur noch, je nachdem aber auch abhängig davon, wie der Markt denn jetzt am Sonntagnacht oder am Montag aufmacht. Aber zum Schlusskurs von Freitag würde erst hier ein Einstieg wieder möglich sein. Mit einem Stopp hier unten und mit einem Target von ca. hier oben. Ich setze es aber bewusst etwas niedriger bei ca. 107. Hier kommt es ausschließlich auf das Chancen-Risiko-Verhältnis an. Welches Chancen-Risiko-Verhältnis haben wir in diesem Fall? Das Risiko beträgt 4,8% und die Chance beträgt über 25%. Und das ist es, worauf es ankommt. Es kommt nicht darauf an, ob Sie immer auf der richtigen Seite liegen. Die meisten Trader, selbst die guten, die haben eine Trefferquote, was positive Trades angeht, von 50% oder bis zu 60% auf Dauer gesehen. Die gewinnen nur deswegen letzten Endes ihr Geld an der Börse, weil sie ein klares Risikomanagement haben und weil sie in der Lage sind, mental Gewinne auch mal laufen zu lassen und nicht zu hüpfen in den Märkten. Das ist das Rezept. Keine Anlageempfehlung, nur eine Anregung, sich hier auch mal selber zu hinterfragen. Also, sofern dieser Stopp hier unten hält, folgen diese steigenden Kurse bis in diesem Bereich. Andernfalls ist dieser Trade hinfällig. Man muss dann diesen Verlust realisieren, kann aber dafür dann auch wiederum die Gegenseite einnehmen und die Kurse weiter in Richtung 60 handeln. So kann man es gestalten. Soweit also von meiner Seite heute aus dem WTI Food Oil. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag und möchte noch darauf hinweisen, dass ich mich über ein Like und über nette Kommentare sehr freue. Auch über einen Beitrag bei PayPal oder per Bankverbindung. Alles wird verlinkt oder ist verlinkt unter diesem Video. Willkommen auch in unserer kostenlosen Discord-Gruppe. Auch diesen Link finden Sie ebenso in die Telegram-Gruppe. Alles Liebe, Ihr Frank Schuh von Elliot Waver live.